Hallo, du wunderbare Seele! Genau heute, am Sonntag, den 21.04. haben wir eine ganz besondere Konstellation. Eine neue Ära wird eingeleitet. Eine neue Zeitqualität zieht ins Land. So kamen wir aus dem Korridor der Finsternis heraus. Und so war auch am 8.04. dieses Sonnenfinsternis einzigartig. Ein wunderbarer Tag, wie auch heute. Und so ist dieser Tag, der 21.04., wo uns die Energie einlädt, etwas Besonderes genau an diesen Tag zu machen. Und vielleicht sagst du jetzt, das wusste ich nicht. Ja, dann lade ich dich auf meine Kanäle ein, auf meinen Newsletter. Und vor allem in den Mitgliederkanal Kosmische Botschaften. Die Links findest du immer unten in der Infobox auf YouTube. oder komm auf meine Webseite www.sissigöttling.com oder gib in Google Sissi Göttling ein. Du findest mich. Und auf jeder Seite der Webseite ist ebenso die Newsletter-Anmeldung, genauso wie auf der Startseite, der Link zu meinem Mitgliederkanal Kosmische Botschaften. Denn was ist das Besondere? Geh mal mit mir in diese Energie, wenn ich sagen würde, mach heute etwas Besonderes für dich. Vielleicht wäre das, ich würde jetzt gerne am Strand liegen, im weißen Sand, am Meer nichts tun, aber das ist mir doch heute nicht möglich. Ich würde gerne ein Bad nehmen, spazieren gehen. Was ist das Besondere? Was würdest du tun an diesem Tag? Manchen fällt gar nichts ein, denn an einem Tag die meisten würden sagen, Urlaub machen, aber das kann ich ja nicht. Und ein Tag am Meer wäre mir viel zu wenig. Was wäre das Besondere, das du an diesem Tag machen würdest? Fällt dir da etwas ein? Es wäre schon etwas Besonderes, wenn du den ganzen Tag lächelst. Und oft schaffen wir nicht einmal das, dass wir den ganzen Tag lächeln. Einen Tag nur. Es wäre schon etwas Besonderes, wenn du dich bedankst bedankst für dein Sein, für deine Liebsten, dich bedankst, dass du diesen Tag überhaupt erlebst. Es sind nämlich oft die Kleinigkeiten, die für uns Menschen etwas Besonderes sind, weil wir sie kaum machen. Und so kann es auch etwas Besonderes sein, wenn du dir für dich ein paar Minuten Zeit nimmst und geistig-energetisch etwas Besonderes tust. Denn das ist jedem möglich, ein paar Minuten etwas Besonderes für sich selbst zu tun. Und das für Körper, Geist und Seele, für dein Gesamtenergiefeld. Und so habe ich an diesem Tag, wo eine neue Ära eingeleitet wird, wo etwas Besonderes in der Energie ist. Für alle Mitglieder im Mitgliederkanal, die sind ja in der WhatsApp-Gruppe, eine besondere, kurze, alltagstaugliche Meditation aufgenommen. Als ich sie gemacht habe, war mir nachher ganz warm am Rücken, vor allem zwischen den Schulterblättern, weil sie auch so viel in einem bewegt hat. Ich zog eine Tageskarte für diesen Tag und es kam die Phönix-Energie, wie ein Phönix aufzusteigen aus der Asche. Und so habe ich in dieser Meditation eine Reinigung gemacht, eine Verbindung, eine Wiederverbindung auch mit weiblich und männlich, weil das so wichtig ist in uns, dieser Riss, diese Wunde, die ich sehe wie ein offener Reißverschluss in der Mitte des Körpers von unserer weiblichen und männlichen Seite. So darf diese Wunde jetzt immer mehr heilen, sodass wir in uns wieder in die Einheit mit uns und mit unseren Anteilen gehen, mit all unseren Seelenanteilen, mit all unseren Anteilen in anderen Dimensionen. Mit links und rechts, mit weiblich-männlich, mit oben-unten, mit der Sonne, mit den Sternen, mit dem gesamten Universum, mit dem Leben und mit dir selbst. Und diese Energie, diese Konstellation, die da eingeleitet wurde, bleibt uns jetzt mal auch für die circa 13 nächsten Jahre. Das heißt, das ist etwas sehr Wichtiges für dich, etwas Besonderes und du bist etwas Besonderes. Und du wirst dann gleich von mir ein Energiebild erhalten, was ich für den Mai 2024 bekommen habe. Und bei dieser Meditation in der WhatsApp-Gruppe für den Mitgliederkanal kamen zwei riesengroße, gold-weiß-silbrige Lichtwesen, Engel an unsere Seite und öffneten auch hinten am Rücken und all unsere Verklebungen, was sich auf die Faszien im Körper auswirkt, was sich auf den Rücken, die Wirbelsäule auswirkt, auf den gesamten Beckenbereich. Damit in dir wieder etwas in Bewegung kommt und zugleich auch wieder der Körper besser in die Bewegung kommt und zugleich dein angenehmer, ruhiger Schlaf wieder kommt. Du dich immer mehr fühlst und spürst wieder. Und so war Mutter Erde mit ihrem goldenen Herzenslicht und die Sonne und die Quelle über uns mit ihrem Licht und all das wurde durch die Lichtwesen verbunden, aber es wurde geöffnet, geöffnet am Rücken, hinten zwischen den Schulterblättern, wo ebenso das Herzchakra sitzt. Denn es geht auch um Liebe empfangen zu können, die Liebe wieder leben zu können. So viele Menschen haben Angst vor der Liebe, Angst sich hinzugeben, um sich fallen zu lassen, Angst sich vollkommen wieder zu leben, zu zeigen. Das ist auch diese Blütenwelle, die ich gesehen habe für den Mai 2024. Wenn das Herzchakra nach vorne offen ist und strahlt, das ist Liebe geben und nach hinten Liebe empfangen und es geht um geben und nehmen. Und es geht um den Ausgleich in uns und den Kampf in uns zwischen männlich und weiblich, zwischen Liebe und Angst zu beenden. Diesen Ur-Trennungsschmerz, der in uns sitzt, die ganzen Traumadas, die Wunde, die da klafft, zwischen links und rechts, zwischen männlich und weiblich zu schließen, zu heilen. Das führt dich ganz zu dir selbst und führt dich ins wahre Leben hier auf der Erde, raus aus dem Überlebenskampf, Krieg und Kampf untereinander, mit dir selbst. Krieg und Kampf Ansagen nicht nur in Ländern, auch unter den Menschen, auch in Kommentaren, wo auch immer, überall findest du Kampf Ansagen. Überall Vergleich, überall Kritik, so wie die Leute auch auf negative Titeln oder ich nenne es auch reißerische Titeln, viel mehr anspringen noch als auf positive Titeln, auf den vorletzten Titel, den ich gemacht habe, den ich rausgegeben habe. Finger weg von spiritueller Heilarbeit habe ich eine Steigerung im Algorithmus von 227%. Was sagt uns das? Auf einen Titel der Dunkelkörper Prozess habe ich ebenso eine krasse Steigerung der Aufrufe Benenne etwas Negati oder niedrig schwingend und es zieht wie das Licht die Motten die Menschen an. Es ist das niedrig schwingende, das dunkle, das die Menschen noch anzieht. Die ständig noch Nachrichten schauen, sich alles reinziehen an niedriger Energie, um zu schauen, wo kann ich kritisieren, wo kann ich meinen Senf dazu abgeben, wo kann ich was schreiben, bleiben, weil ich weiß es ja besser, 227% Steigerung in den Aufrufen, da wird die Blütenwelle nicht so aufgerufen werden, aber es ist deutlich erkennbar, dass das Negative noch mehr beachtet wird, dass man sich da rein steigert, dass man sich da rein ziehen lässt, dass man genau da mit mischt und da drinnen herum wühlt und mischt und das trägt man dann wieder zu seinen Liebsten und diskutiert mit denen dieses Negative, was die oder der gemacht hat, gib dir da einen Stopp, finde Frieden damit und übe dich darin, auch Dinge sein lassen zu können, Menschen sein lassen zu können und das alles, was ich hier sage, ist auch weiter in der Energie ob es Mai ist, ob es März ist, ob es Juni ist, das bleibt uns, hier immer aufrichtiger, aufrechter zu werden, ruhiger und friedlicher, links und rechts, oben und unten zu vereinen und so ist auch in dieser Meditation, in dieser am 21. 4. in der WhatsApp-Gruppe im Mitgliederkanal wurden auch die Flügel aktiviert, deine geistig- energetischen Flügel, diese Flügel, die Energie ist entsprungen, so wie ich es gesehen habe, unten beim Steißbein, zieht sich über die Wirbelsäule hoch und dehnt sich über die Schulterblätter hinten aus. Geistig- energetisch habe ich mächtige Flügel dann gesehen, deine eigenen und diese Flügel sind dann sanft in die Bewegung gekommen und haben mal dein Gesamtenergiesystem aufgefächert, geöffnet und gereinigt. Das ist Selbstheilung, Selbstheilungsenergie aktiviert, selbst mit den eigenen energetisch-geistigen Flügeln in Bewegung gekommen, eine sanfte Bewegung und das wirkt sich aus und das ist was Besonderes, das ist was Besonderes, das ist nichts Alltägliches. Und das ist machbar in ein paar Minuten an einem Tag und schon gehst du ganz anders durch deinen Tag. Das beflügelt dich selbst, das bringt dich in Bewegung, das öffnet dich du fühlst dich dann ruhiger, zentrierter bei dir. Es läuft dir nicht kalt über den Rücken, es läuft dir warm über den Rücken. Es richtet dich auf, es nähert dich und es zaubert dir ein Lächeln auf die Lippen ganz und selbst. Und es holt dich aus dem Schritt für Schritt heraus, was jetzt an Fahrt aufnimmt, was jetzt in die Beschleunigung geht, durch den Mai. Und wir kommen dann gleich zu dem Energie Bild vom Mai. Und zwar aus dem ganzen Leistungsdruck, aus den ganzen Schubladen, aus den ganzen Matrixen. Es gibt so viele Matrixen, wie die weibliche, die männliche, wie Frau und Mann sein sollte, die Partnerschaft, wie Partnerschaft sein sollte, die ganzen Konzepte, all deine Bereiche hast du in bestimmte Schubladen gesteckt und versuchst sie wahrscheinlich noch immer so zu leben. So gehört sich das. So muss das sein. So war's immer. Und so Ernährungs Matrix. So muss man sich ernähren. So schlank muss man sein. So muss man sich bewegen und Sport machen. Nur so funktioniert's. Und wenn jemand sagt, das und das ist gut, dann muss ich das so machen, denn dann geht's mir gut. Merkst du diese Energie? In einer großen weißen Schafherde fällt das Schwarze am meisten auf und das schwarze Schaf macht eben die Dinge anders. Wie sagt man so schön, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Nicht mehr nur zu funktionieren, sondern in Wirklichkeit und Wahrheit zu leben. Und so eine geistige, energetische, kurze, alltagstaugliche Meditation mit Energieübertragung wirklich nur paar Minuten kann deinen ganzen Tag besonders machen. Und es geht darum, dass wir aus dem Leistungsdruck aussteigen, aus dem ganzen Druck, den wir uns selbst auch machen und aufbauen. Der erzeugt wieder Druck und Anspannung im Körper. Dieser Druck führt dann zu Herzstolpern oder Herzklopfen, zu Schmerz, Verspannung. Alles zieht sich zusammen, die Faszien, die Muskeln, die Muskeln und die Wirbelsäule. Die Gelenke versteifen, verkalken. Der Körper ist gefordert und du forderst dich, ich muss besser werden. Du vergleichst dich mit anderen. Du springst auf negative Titeln auf und übst Kritik. Das geht alles in dein gesamtes System. Das lagert sich alles ab wie Kalk in deine Gelenke und Knochen. Dein Nervensystem ist in Stress und verkrampft sich richtig. Ein Kampf, ein Krampf und doch schadet man meist nur sich selbst, indem man sich selbst oder seine Bereiche in Schubladen steckt, indem man anderen Schubladen steckt, indem man das tut, was man meint, was andere sagen oder gut ist. Fühle, fühle, was ist für dich gut. Das gleicht sich mit keinem anderen. Nichts in deinem Leben wird ganz genauso sein, wie es ein anderer hat. Ob Ernährung, ob Partnerschaft, ob Beruf, es geht darum, in deine eigene Frequenz zu kommen, in deine eigene Signatur, sodass sich dein Leben aufbauen kann, aus dir heraus, in deiner einzigartigen Frequenz und du mit anderen so umgehst, wie du möchtest auch, dass man mit dir umgeht, indem du mit anderen noch negativ umgehst, gehst du in Wahrheit auch noch in dir mit dir selbst negativ um. Man kann dann gar nicht anders als Kritik üben oder eine Kampfansage machen oder einen anderen runter tragen oder den anderen seine Arbeit schlecht reden, schlecht schreiben. Das geht gar nicht anders und man kann auch auf positive Titel gar nicht reagieren und reinklicken. Das ist dann nicht möglich, weil die niedrige Frequenz dich nur zu Niedrigem führt. Und es geht darum, jetzt bei der Beschleunigung, die jetzt, genau jetzt an Fahrt aufnehmen wird, über die nächsten Monate, genau bei dieser Beschleunigung, wo du vielleicht Druck spüren wirst, wo du am Tag x Ideen bekommst, die du aber alle nicht sofort umsetzen wirst können. Wo in dir sich Druck aufbaut, wo du plötzlich, urplötzlich alles Mögliche anders machen möchtest, urplötzlich von Null auf 100. Zum Beispiel, so aus jetzt reicht's, jetzt nehme ich ab und setze mich urplötzlich ganz krass auf Null Diät oder jetzt beginne ich mit Sport und urplötzlich läufst du gleich los und willst gleich eine Stunde durchlaufen. So etwas kann jetzt in dir entstehen oder vielleicht hast du es schon gespürt. Ich habe ganz viele Ideen an einem Tag bekommen. Ich habe mir damit geholfen, dass ich sie stichwortartig niederschreibe, denn ich wusste, dass ich das alles nicht sofort umsetzen kann, obwohl in mir noch eine Energie war, die sagt, so setz dich hin und mach das gleich. Und jetzt habe ich einen A4-Zettel neben mir liegen, mit lauter Titeln für Aufnahmen und die reichen für die nächsten acht Monate. Und dann war in mir dieser Druck, setz dich hin und nimm alles gleich auf. Denn jetzt bist du ja in dieser Energie, wo du gerade Ideen erhältst, die einfach so ganz rasant und urplötzlich in mich eingeflossen sind. Und ich wusste aber, dass das nicht möglich ist. Ich müsste Tage sitzen, ich müsste die Nacht oder Nächte durchmachen, um alles aufzunehmen. Es geht sich gar nicht aus. Und dann wollte ich noch dies und dann wollte ich noch das. Und die Zeit gefühlt vergeht noch viel schneller und ich bringe das gar nicht alles mehr unter. Und genau da geht es darum, inne zu handen, mal durch zu atmen. Und genau das in der Ruhe Schritt für Schritt umzusetzen. In deinem Tempo Schritt für Schritt und wenn es Monate braucht, so wie bei mir. Man kann sagen, ich habe für die nächsten Monate alle Inhalte und Titel und ich werde sie Schritt für Schritt aufnehmen und rausgeben. Das ist nur ein Beispiel und es geht darum in dieser ganzen Beschleunigung, dass du dich übst, manchmal auch einen Gang zurück zu schalten und wenn du noch so krass, wenn das getriggert wird, jetzt, 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 jetzt verändere ich alles, jetzt mache ich dies und mache ich das und willst gleich x Sachen umsetzen, wird dich das aber stressen, verspannen, unruhig werden lassen. Es geht aufs Nervensystem, auf die Verdauung, unruhig schlafen lassen, sondern sei dir bewusst, mach es dir einfach nur bewusst, in Ruhe, Schritt für Schritt. Nimm dich immer wieder zurück, so wie ein kurz, ganz kurz, nur paar Minuten energetisch, geistig, im Positiven etwas für dich zu tun, das ist schon etwas Besonderes, denn das machen ja nicht viele alltagstaugliche, ist wichtig, alltagstauglich, denn ein paar Tage schaffst du es vielleicht jeden Tag, eine Stunde Meditation, eine Stunde Sport, eine Stunde Ruhe, was auch immer, aber das halten die wenigsten auf Dauer, auf ihr ganzes Leben durch, im Gegenteil, es beginnt sie oft auch der Leistungsdruck in der Spiritualität zu stressen, es gehört ein Ausgleich, eine Balance in alles hinein, Druck, Leistung, Anforderung, auch in der Spiritualität, im Alltag, in deiner Freizeit, manche üben sogar Druck aus in der Freizeit, oh jetzt habe ich Wochenende, da mache ich 20 Sachen und dann ist plötzlich der Montag da und sie müssen arbeiten und sind doch wieder müde, weil sie alles auf dieses Wochenende packen und der Druck, das Wochenende muss schön sein, es muss harmonisch sein, es muss etwas Tolles sein, das ist so in der Energie des Menschen, das wir viele Jahre nie bewusst wahrgenommen haben, aber jetzt wird es dir bewusst werden und das beschleunigt in der Energie, das wird beschleunigt, das kommt hoch. und so breite deine Flügel aus, vom ganzen Rücken aufsteigend in die Bewegung, in das Entfalten, in die Ausdehnung und das auch mit dem Körper selbst. Ja, ganz einfach, es ist ganz einfach, wenn du da diese Unterstützung haben möchtest und mit anderen gemeinsam auf den Weg sein möchtest, dann komm in meinen Mitgliederkanal kosmische Botschaften, melde dich auch auf Newsletter an, da geht dann immer alles hinaus, wann was ist, wichtige Daten, wie auch die Energieübertragungen, da starten wir an einem Portal, das sich hier weiter öffnet, Fünfter, 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 Fünfter beginnen die Energieübertragungen, es sind achtmal, die genauen Daten hast du im Newsletter, buchen kannst du auch über den Newsletter und hier brauchst du nicht online sein, das ist eine Fern Energieübertragung, Energie kennt kein Zeit und Raum, da ist das ganz egal, ob du Zeit hast oder nicht, es braucht deine Anwesenheit, deine Zeit nicht, die Fern Energieübertragung wirkt für jeden und ist in der Gruppen Energie oft noch stärker, weil ja viele Teilnehmer dabei sind und diesmal habe ich bei den Energieübertragungen, das liest du auch in meinem Newsletter, die ganze Mai-Energie, da wirke ich genau mit dieser Energie und zwar mit den zwölf göttlichen Strahlen, denn es ist jetzt wichtig, dass wir Farben aufnehmen, deine Aura, deine Chakren möchten wieder in all ihren Farben kräftig strahlen, möchten sich ausdehnen in ihren Farben, in ihrem Licht, jede Farbe hat eine ganz einzigartige Frequenz und du wirst von mir mit den Farben aufgefüllt, das wird deiner Aura, deinen Chakren, deinem gesamten System sehr, sehr gut tun, ich arbeite mit der Kristall Energie, denn die Zellen saugen jetzt richtig wie ein Schwamm diese Energie sehr gerne auf, es ist wie wenn du eine Blume gießt, die Wasser braucht, die schon trocken geworden ist und du gießt sie, dir durst, die saugt dieses Wasser richtig auf und so werden deine Zellen all diese Kristall Energie gerne aufsaugen, das tut wiederum deinen Körper gut, auch deinem Nervensystem, das werden wir entspannen. Gereinigt wirst du, die Christus Energie wird wirken, das ist sehr wichtig, auch für unsere Wirbelsäule, also Heil Energie Übertragung, Auflösen von Knoten, es gibt so Energie Knoten, die manche haben, dort entsteht auch meist ein Schmerz körperlich und doch ist der Knoten seelisch, geistig, energetisch gesetzt und du erhältst eine Lichtdusche, diese Lichtdusche läuft immer circa sieben Stunden für dich und einen göttlich natürlichen Schutz, das ist kein Schutz, den wir aus Angst brauchen, sondern ein natürlicher Schutz heißt einfach, dass das, was du da von mir erhältst in dein Gesamtenergiesystem über die Ferne, dass das gut in Ruhe und geschützt wirken, arbeiten und sich integrieren kann in dein Gesamtenergie Feld. Wenn du da dabei sein möchtest, am 5. 5. geht's los, achtmal im Mai 2024, geht auch über den Newsletter hinaus. So, und jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu dem Energiebild. Wenn du möchtest, schließe deine Augen und lass es einfach mal auf dich wirken, es geht ums Fühlen und komm mal ganz bei dir an, wir halten kurz inne, spüre deine Füße, du bist gut verbunden mit der Erde, gut geerdet, vollkommen bodenständig und vollkommen hier, angekommen in deinem Leben, du fühlst und spürst dich. Schenk dir ein Lächeln und sei es dir selbst wert, dir etwas Gutes zu tun, sei es dir selbst wert, mit uns zu reisen, sei es dir selbst wert, in dich zu investieren, du der wichtigste Mensch in deinem Leben. Wenn es dir gut geht, dann strahlst du das aus und dann ziehst du auch Gutes an. Wenn es dir gut geht, wirkt sich das auf deine Kinder, auf deine Liebsten aus, auf deine Haustiere, auf deine Wohnung, ja auch sogar auf die Schwingung deiner Wohnung, deines Hauses und mach mal was Besonderes für dich. Und so fließt auch jetzt eine wunderbare, sanfte, entspannende Energie zu dir wie ein Lichtwasserfall. Und so habe ich die letzten 14 Tage immer wieder ganz viel auch für die Klienten mit Blüten etwas bekommen, denn die Blüte, die steht für Öffnung. Die Blüte steht, dass man das Innere nach außen kehrt, dass man sich öffnet, dass man sich zeigt, dass man sich lebt, wie man ist. Die Blüte zeigt auch, dass es wichtig ist, jetzt in Farbe und Licht zu schwingen, dich mit Farben aufzufüllen, Heilfrequenzen aufzunehmen, aber eben dich dafür zu öffnen, all deine Blütenblätter, wenn du jetzt noch eine Knuspe bist, zu öffnen. Sanfte Öffnung, sanfte Aufnahme von Licht, wie die Blume, das Sonnenlicht, sanfte Öffnung für Segnungstropfen, wie die Blume für das Wasser, sanfte Öffnung, Öffnung, wieder für den Fluss des Lebens. Und gut verwurzelt mit der Erde wie die Blume. Sanfte Öffnung führt eine ganz einzigartige Frequenz, wie die Blume mit ihrem ganz einzigartigen durch. Sanfte Öffnung für all die Farben des Lichtes, für die zwölfgöttlichen Strahlen, wie die Blume es in ihren wunderbaren bunten Farben zeigt. Sanfte Öffnung für das Leben und für die Menschen, so wie die Blume ganz in Frieden und in Ruhe mit anderen Blumen auf der Wiese steht und sich nicht bekriegt. Jede Blume hat ihren Platz, jede Blume darf sein, wie sie ist und wenn auch ein Blütenblatt fehlen sollte, trotzdem ist sie gewünscht, trotzdem ist sie schön, trotzdem öffnet sie sich und wie die Blume auch das Wasser aufsaugt in ihren Wurzeln und du bereit bist, von deinen Wurzeln aus, von deinen Urwurzeln aus, wieder Gefühle zulassen kannst, Gefühle leben kannst, Nähe wieder zulassen kannst und in dir, weiblich und männlich vereinen kannst, oben und unten und alles aus deinen Schubladen rausnehmen kannst, keine Schubladen mehr. und so bekam ich folgendes Bild, eine Höhle, eine Höhle, wo Menschen drinnen sitzen und die Höhle hat eine Öffnung, wo es hinausgeht auf eine riesengroße Blumenwese. Manche Menschen bleiben in dieser Höhle im Monat Mai. Es sind Menschen darunter, die sich zurückziehen oder zurückgezogen haben, die ängstlich sind, die um sich herum eine Höhle haben oder aufgebaut haben, die durch die Höhle aber das Äußere gar nicht wahrnehmen. Sie möchten auch in diesem Rückzug bleiben. Vielleicht gehen sie trotz von im Monat Mai und Blüten und Natur erwachen auch nicht so viel hinaus und schon gar nicht unter Menschen. Sie leben zurückgezogen in ihrer Höhle, ängstlich und wollen mit dem Außen gar nichts zu tun haben. Wir sind in sich gekehrt und sitzen ein wenig gekrümmt am Boden, das heißt auch verspannt und manche bleiben in dieser Höhle. Vielleicht nur im Mai und kommen im Juni raus, vielleicht noch Monate, vielleicht Jahre bis zum Lebens Ende, vielleicht nur mehr ein paar Tage und du könntest jetzt der oder die sein, die ich dann gesehen habe, dass da jemand aufsteht, sich erhebt und ohne nachzudenken, einfach, weil er das fühlt, weil es jetzt Zeit ist, diese Höhle zu verlassen. Es ist genug, es ist genug, in dieser Höhle verweilt zu haben und jetzt die Schritte zu beginnen, die Schritte nach draußen, der Eingang ist schon sichtbar, die Entscheidung ist getroffen, man musste gar nicht nachdenken, es war urplötzlich, urplötzlich war es da, ich erhebe mich, ich gehe los, aber dies Schritt für Schritt, nein, der oder die läuft nicht, wird nicht panisch und rennt davon, wie wenn er auf der Flucht wäre, Schritt für Schritt, verlässt er diese Höhle in einem Bewusstsein, dass auch diese Zeit in der Höhle und dieser Rückzug gut war, es hatte seinen Sinn, die anderen kann er einfach sein lassen und geht, vielleicht kommen sie nach, vielleicht früher oder später und geht Schritt für Schritt aufrecht auf den Höhleneingang zu, dreht sich nicht mal um, es geht ganz leicht und tritt hinaus auf diese große Wiese, und auch verlässt er diese Höhle in Dankbarkeit, in Ehre, es war mir eine Ehre, hier zu sein, und steht jetzt schon auf dieser großen Wiese mit den vielen Blüten und Blumen, auf Bäumen die Blüten, alles ist erwacht, alles hat sich geöffnet, jede Blüte lächelt ihm oder ihr entgegen, öffne dich, öffne dich, schau mal, du siehst uns, du siehst unsere Schönheit, öffne auch du dich, ganz weit, und so breitet er oder sie, diese Arme nach oben aus, und es ergibt sich folgendes Bild, direkt ober diesen Menschen steht die Sonne, die Sonne strahlt goldenes Licht auf diesen Menschen, wie eine Taschenlampe, hilft ihm bei der Öffnung, ober diesen Menschen ist reinster, blauer Himmel, unter diesen Menschen fruchtbare, wunderbare Wiese, weicher, erdiger Boden, viele Blumen, Blüten in den Bäumen, Blumen am Boden, ganz viel, ein Blütenmeer, alle Blüten, alle Blumen, senden jetzt Energie aus, senden jetzt ihre Farben aus und dieser Mensch wird eingehüllt in eine Blüten Welle, eine Welle von Farben und Licht durchzieht sein gesamtes Energiesystem, die Sonne erleuchtet, Mutter Erde erstrahlt unter den Füßen, der Himmel ist blau, und alle Blumen, alle Blüten senden Farbe und Licht, Öffnung, Ausdehnung, Frieden, Ruhe kehrt ein, innehalten, da sein, bei sich sein, empfangen. Und die dritte Gruppe ist rundherum sichtbar, sie sind nicht in der Höhle, sie sind draußen und rundherum um dieses wunderbare Bild ist wie eine Nebelwand. Dieser Mensch in der Mitte, der das erlebt im Wonnemonat Mai in dieser wunderbaren Energie, die uns da angeboten wird in diesen Wochen, sieht diese Nebelwand rundherum, sieht die Wirbelstürme, beobachtet, ist sich dessen bewusst und ist trotzdem ganz bei heißig und empfängt und tut sich selbst etwas Besonderes und ist in dieser Energie der Blüten, der Farben, des Lichtes, der Erde und in dieser Nebelwand rundherum sind auch Menschen, viele Menschen, die unruhig sind, die angespannt sind, die mittendrinnen sind in diesen Wirbelstürmen, in dieser Nebelwand, sie sehen diese Blüten gar nicht, sie sehen die Sonne nicht, sie sind total beschäftigt, sie sehen nur diesen Nebel, sie sind vernebelt, sie sind unklar, sie sind unruhig, sie sind verwirrt, sie sind desorientiert und immer wieder, immer wieder zieht ein Wirbelsturm auf, verdichtet den Nebel, dann lichtet sich dieser Nebel wieder, wenn der Wirbelsturm sich legt und sie sind mittendrin in diesem ganzen Geschehen und diese Nebelwand repräsentiert das ganze äußere Welt Geschehen, das turbulent ist, mal ruhiger, mal turbulenter, das immer stärker und stärker in Veränderungen geht, wo sich manche Dinge, die auch niedrig schwingen, doch noch verstärken und diese Menschen sind voll mit dabei. Die, die in der Höhle sitzen, zurückgezogen, zurückgezogen von diesen Blüten, von diesen Farben, von diesem Licht, in der Höhle, zurückgezogen komplett auch vom Äußeren, zurückgezogen komplett von Menschen, dann die oder der, der auf dieser Wiese steht und die Energie des Mais in Ruhe und Sanftheit empfängt und etwas ganz Besonderes für sich erleben wird, während es diese Höhle gibt, diese Energie der Höhle und während eine Nebelwand es gibt, wo ab und zu Wirbelstürme hineinziehen, wo es mal ruhiger ist, mal unruhiger. Wo bist du? Wo möchtest du sein? Es ist deine Entscheidung, breite deine Flügel aus. Öffne dich für diese Energie in dem Mai. Sie bauen dich schon auf für den Sommer. Denn im Sommer habe ich ja gesehen, so circa ab Juni, so eine Licht Schanze. Und da wollen wir hinaufgehen. Das wird wunderbar. Und wenn du diese Energien empfangen möchtest, wenn du für dich etwas tun möchtest, dann sei bei den Energie Übertragungen im Mai dabei. Wir starten am 5. 5. Es geht über meinen Newsletter hinaus und komme gerne in meinen Mitgliederkanal Kosmische Botschaften und gehen wir gemeinsam immer wieder durch all diese Angebote, durch all diese wunderbaren Energie, durch all diese Aktivierungen, Öffnungen, Downloads von Lichtcodes, durch all diesen Anstieg der Energien, Gemeinsam durch, denn das dauert noch einige Jahre. Ich wünsche dir einen wunderbaren Mai, sei gesegnet, danke, dass es dich gibt, danke, dass du mir zugehört hast, danke, dass du mit mir diese Reise gemacht hast, danke, 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 ich danke dir, wenn du diese Aufnahme teilst und das weitergibst, sodass noch mehr Blüten sich hier öffnen können und diese ganz einzigartige Welle der Farben, der Öffnung, der Aktivierung auch zu anderen Menschen Einzug halten kann und diese zwölf göttlichen Strahlen in Regenbogenlicht in dich und in andere fließen können. Ich danke dir auch für deinen Kommentar, für deinen Like, danke, danke für dein Geschenk auch an mich.